Zwei weitere israelische Geiseln sollen wieder in Freiheit sein. Nach eigenen Angaben habe Israels Militär die beiden Männer im Gazastreifen gerettet. Sie sollen am 7. Oktober durch die Terrororganisation Hamas entführt worden sein. Immer noch sollen sich mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden. Unterdessen bereiten Israels Truppen eine Offensive auf Rafach im südlichen Gazastreifen vor. Mindestens 1,3 Millionen Binnenflüchtlinge sollen sich in der Stadt befinden. Die geplante Offensive stößt auf Kritik. US-Präsident Joe Biden fordert, die Zivilbevölkerung besser zu schützen. Ägypten droht damit, den Friedensvertrag mit Israel auszusetzen. Rafach liegt an der ägyptischen Grenze. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Untertitelt Untertitelung des ZDF, 2020